Möchte ich einen geilen Keks machen mit Insektenmehl. Hallo Leute, was geht? Schön seid ihr wieder dabei für eine weitere Folge Insektenkochen bei Grounded. Mit mir und euch kreieren wir zusammen was geiles, leckeres aus Insekten. Viel Spaß! Kekse, Cookie, whatever, in anderen Sprachen. Kekse sind schon lange extrem beliebt in der breiten Bevölkerung. Warum nicht also ein Rezept mit Keksen und Insektenmehl? Die Butterfly Cookies, die machen wir heute unglaublich lecker. Viel Spaß beim Butterfly Cookie. Musik Das ist ziemlich geil, zieht es euch rein. Wahrscheinlich habe ich schon braune Zähne, weil ich die ganze Zeit genascht habe. Auf alle Fälle, ihr seht es hier drin, der Hammer ist super smooth und aus dem Crunchy, innen smooth. Hammer geil, auch im Geschmack. Ich bin nicht der erste der Sau. Macht es noch, tat es doch und abonniert nicht vergessen. Wir sehen uns das nächste Mal. Geben Rpiej 2 1 2 3 Bis zum nächsten Mal.